Ich werde zweiter, ich werde zweiter, verdammt! Nein, ich werde zweiter, verdammt! Scheiße, wieso ist die Schranke denn noch da? Jetzt weg da! Ich bin durch die Schranke gefahren, Mann! Ich bin zweiter! Weg da, weg da, weg da, Mann, wir nicht freden! Scheiße! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Altes E-Beg! Mit dem Dador stehend da Luca, dem Blaze, den Ralfinger und der Anne! Hallo Crips! Hallo! Wir stehen hier alle, hört mal auf zu hupen! Okay! Ich hab... ich muss den Sound zeigen, weil... Ich glaub, meine... meine Einleitung hört man nämlich gar nicht! Ist echt nicht... Hör auf! Wir waren verletzt ein... Rennen! Ein Rennen bis zum Polizeihack! Bei der Saison, da ein paar Leute befreien müssen... Der Gewinner, der Gewinner kriegt nämlich den Kopf von Mentor! Genau! Der Gewinner wird als erstes erschossen! Richtig! Das ist euch bewusst, ne? Weil er allein... Der Gewinner ist auch von der Schamke gefahren, ne? Es gibt noch eine kurze Vorgeschichte zu dem ganzen... Deadship, Kapuzenwurm und so weiter! Sollten euch hier teilnehmen! Und die wurden leider schon auf dem Weg hierher festgenommen! Jetzt wurde das Ziel neu justiert! Das heißt, wir müssen jetzt ins Polizeihacko reinrasen und sie da rausholen! Wir müssen auch über die Schranke drüber fahren, ja? Mit dem E-Beg! Also da drin ist das Ziel! Nicht irgendwo davor oder so, sondern... Der Helikopterlandeplatz ist das Ziel! Okay, alles ist erlaubt! Wenn wir da drin sind, werden wir abgeknallt! Um sie zu befreien und dann ein Rennen zu machen! Drei! Das ist erlaubt, habt ihr gesagt! Anne kann nicht gerade ausfahren! Was denn? Ich wollt umdrehen! Ja, dein... Wie ist dein Auto markiert? Rollposition! Rosa! Sind wir schon raus! Wir sind doch nicht raus! Wenn die nämlich aussteigen, überfahre ich die! Ja! Aussteigen auf die Anarchies oder was? Das ist ein neues Ziel! Hätte ich mal den Apeci gekauft! Wer ist der Gruppenleiter? Äh... Das bin ich glaube ich! Verdammt! Weil den erkenne ich, ja? Im Übrigen ist es free for all! Ihr könnt fahren, wo ihr wollt! Ihr könnt das Wasser fahren, über... Völlig egal! Oh! Für meine Leute, wir fahren selbstverständlich die Crab-Straße! Ich hoffe, dass einer von euch abbremst! Den Ramizos! Ich hatte schon abgebremst! Hier so richtig! Da ist doch einer! Da ist... Oh nein! Der Klassiker! Man down! Man down! Nein, nein, nein! Ich springe hier erst mal fünf Meter hoch! Irgendjemand ist vor mir noch! Ich bin auf dem zweiten Platz! Dado! 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 Ach ne, das sind die anderen da hinten! Okay! Ja, irgendwer ist da ganz hinten auch vor mir! Komm, gib Gas! Gib Gas! Nein! Ich hätte ihn vorher tunen lassen sollen! Nee, nicht! Ich bin fast kaputt! Dado ist da draußen! Also ich werde ein Abstecher im Krankenhaus! Irgendwer ist da gegen eine Mauer gefahren und die Weifen sind kaputt! Ahahaha! 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 Ich bin erster Mann! Jetzt komm noch mal zurück! Komm! Ja, übrigens sind wir alle verletzt! Das liegt daran, dass wir mit einem Ifrit durch eine Heli durchgefahren sind und alle dann vorher hier ganz fröhlich im Flammen standen! Scheiße! Ich muss bereits! Ich fahre mitten durch ne Stadt! Ist doch kacke! Fahr die Häuser um! Ich fahre mir gerade aus durch! Durch Wände! Durch Häuser! Durch Menschen! Der ist überbewertet! Toll! Irgendwer ist da vorne direkt vor mir! Scheiße! Ah! Okay! Während ich noch im Auto bin! Okay, Kapuzi ist also noch... Ich hole euch wieder ein! Diese beschissenen Pinöpel auf dem Airfield! Pinöpel! Alter, Alter, Alter! Ich will mit euch! Pinöpel heißt es! Pinöpel! Ich hab mich gedreht, Jungs! Ich hab mich gedreht! Yeah! 360! Ne, 180 warst du! Du musst rückwärts fahren dann! Echt? Wenn ich noch nen Unfall baue, der hab ich einfach! Wie viel Leben hast du denn noch? 30! Jetzt sollte ich doch mal versuchen die Straße zu nehmen! Wer war das? Wer ist das hinter mir? Ab! 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 Abgedrängt! Alter Scheiße! Frisst das! Take that! So schön wegrammen wollen hier von hinten, Mann! Verdammte Scheiße, Mann! So Gas gegeben! Hier hupt doch einer! Ist hier bei mir noch einer in der Nähe? Ja, ich! Anne muss doch ihr Auto reparieren! Ja, ich auch! Also? Ja, da kommt Anne! Nein! Du bist letzter jetzt! Fast gar nicht! Du hast mich nicht überholt! Boah, ich seh mich jetzt gleich schon am Kopf liegen, ne? Was machen wir denn eigentlich? Wuh! Egal! Ganz ehrlich, wenn's Personenschaden gibt oder irgendwelche Polizisten uns anhalten wollen, da gibt's nix! Da wird einfach weitergefahren! Ja, das ist ein Rennen ohne Gnade, ohne Halt, ohne Stopp! Das ist nicht Gunball, sondern Cannonball! Wreckingball ist das! Ja! Ah! Hier ist ne Stadt, schnell außer rumfahren! Destruction Derby! Ja, super! Jetzt schreibt Kapuzenwurm mir, dass er nicht reden kann, aber er bittet um Wettungsaktionen! Kann nicht einer antworten? Ich bin... 6 Kilometer! Nein! Du hast nicht umgefahren! Wer ist das? Das bin ich! Ja! Warum tust du das? Weil ich zu schnell hier in die Kurve bin, verdammte Scheiße! Ja, ich steh mich drauf, deswegen steh ich da! Aber ich lebe noch, alles gut! Du lebst noch, ja, das ist gut! Aber dein Auto ist kaputt, Mann! Oh, Dadosch! Ich kann nichts riskieren! Warte, warte! Und dann kommt's! Nimm dein Auto von der Straße! Scheiße! Alter, das ist geil! Es tut mir leid, Alter! Ich wusste nicht, dass die Kurve so scharf ist! Ich hör' ihn! Oh! Wer ist denn da?! Oh, Alter! Da hat euch jemand! Ach, du warst das! Oh Gott, da kommt noch einer! Jetzt komm' ich! Hallo! Hallo! Wo bleibt der denn, ne? Das war ganz schön knapp! Alter, ich war ganz schön weit vorne! Was kriegt denn eigentlich der Gewinner? Mentors Kopf! Kopf vom Mentor! Scheiße, hier ist ja eine Straße! Ja! Wie zünde ich eigentlich die Granate? Mit C! Mit C! Hier zünde ich auch noch eine! Wer macht sich schon die Mühe, eine Kurve zu nehmen, wenn man auf die Kürze nehmen kann? Alter, die hat mich überholt! What the fuck! Hahahaha! Hallo und von Anüberhol! Überhol! Loser! Loser! Oh, wieso fahr' mich durch den Checkpoint? Ist ja zu! Hör auf! Boah, ich darf jetzt gleich durch Kavala durchbrettern, ne? Ich seh' sie da vorne da! Wie weit bist du denn schon? Oh mein Gott! Ich bin fast da! Rai, was hast du vor? Warum bist du ja nicht da? Aber ich kann doch nicht alleine ins Hauptquartier reinfahren! Natürlich musst du! Musst du! Wenn du gewinnen willst! Aber wir müssen ja auch alle hin, das ist ja das Ziel, von daher! Wir müssen ja alle durchs Ziel, wir können nicht das Rennen aufhören, deswegen! Solltest du nur dann, wenn du da bist? Nein, wir hören mit dem Rennen nicht auf! Wir fahren das noch! Du musst bis ins Wasser springen mit dem Rennen! Hahahaha! Nur ein versenkter E-Fail hat gewonnen! Viele Felsen! Da ist Krabs, ne? Ja, da vorne ist er doch! Wir kommen ran, Ralf! Ja man, wir jagen ihn! Fuck! 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 Baum! Geh weg! Boah, ihr wird geschossen! Ihr wird geschossen! Oh, hier ist eine richtig spannende Spitze! Geht weg, ihr Penner! Ey! Passt auf, ne? Die ballern auf uns! Es geht hier um Silber! Hahahaha! 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 Da ist einer weg! Da sind's nur noch zwei! Hahahaha! Wer war das? Half? Half ist weg! Wieso? Half ist tot! Hahahaha! Nein, nein! Ich bin noch am Leben! Oh, oh, oh! Ich hab voll die, voll die schwitzigen Finger verdammt! Ja, du kannst auch machen! Jetzt kriege ich dich! Ich hab noch Wind! Ich hab Windschatten, Krabs! Am Arsch, dass du Windschatten! Dafür fahr ich Ideallinie! Ich hätte gedacht, dass ein Rennen bei allen... Da vorne stehen die Kops! Weiß einer, ob da Viper ist? Den überfahre ich einfach! Hahahaha! Dann würd ich noch mal abbiegen! Hahahaha! Markplatz! Markplatz! Die Kops! Oh! Komm schon, Krabs! Noch 4,9 Kilometer! Erster können wir zwar nicht mehr werden! Was ist noch 4,9? 500 Meter! 2,8! 2,6! 2,2! Ey! Ja! Wir müssen in der Haarnadelkurve rauch machen! Kann mich jemand zunächst von der Tanke mitbringen? Ich hab leider kein Nix mehr! Hahaha! Ja, bring mal mit, Ralf! Komm, Ralf, muss ich noch Krieg halten! Äh, der Kapuze ist übrigens nie mehr im HQ, ne? Wo ist der? Weiß ich nicht! Kapuze! Die Punkte werden nur angezeugt! Die Punkte werden nur angezeugt! Es geht aber trotzdem um den Sieg! Verdammte Scheiße! Ich will nicht Dritter werden! Ich will nicht Vierter werden! Das ist voll der Loserplatz! Dritter! Wie willst du ein Dritter werden? Da muss er noch einen überholen! Das finde ich geil, Leute! Ich erzähle euch das dann, wenn die Zeit haben! Auf mich wird geschossen! Was? Bist du drin? Oh, ich bin nemal Q! Wer zu gut ist kriegt kein... Krabs jetzt besorgt! Aaaaaaah! Also ich sag's mal so! Für ein kleines Trinkgeld hat mich Kickshirt Nancy und McManus für 50.000 freigelassen! Und das waren unsere privaten und korrupte Cops! Korrupte Cops! Krabs hast du den Rambler je mitbekommen? Ne, hab ich nicht! Wir haben Verbündete bei der Polizei, Leute! Oh, die wurden kaum mitbekommen! Auf mich wird geschossen ohne Roleplay! Ich werde Zweiter! Ich werde Zweiter! Verdammt! Scheiße! Wieso ist die Schranke denn noch da? Jetzt weg da! Ich bin durch die Schranke gefahren, Mann! Ich bin Zweiter! Weg da! Weg da! Weg da! Weg da! Mein Kollege Freddy! Scheiße! Ich bin als Erster da hinten! Ich bin voll krass! Ich bin voll krass! Ja, da! Aus dem Weg von der Amt! Ich bin Zweiter! Ey, weißt du was? Drei... 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 Weißt du was viel geiler war? Die Bullenautos sind nicht durch die Schranke gekommen und haben sich beide auf den Rücken geführt! Beide wurden! Jawoll! Ohhhh! Was ist jetzt los? Wow! Atombombe oder was? Ich hab keine Ahnung! Ich seh nix! Ich seh nix mehr! Ihr müsst gucken ob das Auto abgeschlossen ist, ne? Ich komme und rette euch! Ey, was ist das für ein Glas? Wo bist du? Äh, Leute... Wann seh ich oder was? Das war ne Flashbang! Leute, ich werde beschossen und bin gleich am Arsch! Die werden... Die schießen draußen auf meinen Ifrit und durchlöcher den! Seht ihr das grüne Ding da? Ihr müsst nur diese grünen Granate weg! Ey, das Gas soll immer weg! Ja, mein Reifen ist im Arsch! Beide! So! Ich hab keine Ahnung wo ich hinfahre, weil ich nichts sehe, ne? Also rechts ist das Wasser! Ah doch, ich seh's man! Ich seh's! Cool! Ah, einfach fass ins Wasser rein hier! Ne, ich kann gar nichts sehen! Ok, ich bin ausgestiegen! Ah ja, drück mal Escape! Ich hol' dich ab, Adolf! Da geht's wieder! Escape und weiter! Da geht's wieder! Seid ihr noch drin im Haktus? Ne, ich fahr's wieder raus! Ich fahr jetzt auch raus! Ich versuch's zumindest! Boah, das wackelt alles, ne? Ja! Ja! Ich hab' ihn getötet, weil er mich hellsam wollte! Notwehr! Ja? Ich bin raus! Ich bin raus! Ich bin raus! Ich bin drin und ich bin raus! Awesome! Ich bin zweiter! Ich bin zweiter! Ich werde beschossen, Leute! Zeig nein! Zeig nein! Ja, wir drinnen! Die sind die auf mich? Ich krieg das gar nicht mehr! Hab gewonnen! Habt ihr ausgebrochen? Habt ihr ausgebrochen? Ne, wir wollten mit uns befreien! Wir sind wie Falschen! Aber die haben auch! Ab da mit deinem komischem Hunter, ey! Wo geht's denn jetzt hin? Was machen wir jetzt? Wo treffen wir uns denn? Beim Krankenhaus! Keine Ahnung! Beim Krankenhaus! Ich muss zum Krankenhaus! Alter, ich bin so am Arsch hier! Fahren zum Krankenhaus! Fahren zum Krankenhaus! Ich hab... Ich hab auszusehen... Was heißt auszusehen? Oh, mein Weifel ist kaputt! Vorne! Aber er wollte mich festnehmen! Das konnte ich nicht zulassen! Also hast du ihn erschossen oder überfahren? Ich hab ihn erschossen! Wer war das denn überhaupt? Curry! Curry! Ich fahr jetzt mit drei Weifeln weiter, Mann! Aufgeschissen! Ja, ich bin mit zwei gefahren und dann konnte ich nicht mehr! Oh, ich wurde auf der Zielgeraden überholt! Nur weil sich zwei Vögel dann noch durchdrängeln wollten! Das war so geil was! Das war so geil! Hat hier wirklich jemand von unseren Leuten einen Hunter? Hm? Weiß ich nicht! Wo fahren wir denn jetzt hin? Krankenhaus! Achso, ja klar! Weil ich hab nur noch... Ich hab nur noch drei Weifen! Kapuzenwurm hat einen Hunter vor den Cops! Kapuzen fährt aber mit dem Hunter mit! Ey, wo hast du den Ding geklaut? Kapuze! Den Ding geklaut! Kapuze! Das leckte! Krumme Geschäfte, mein Lieber! Könnt ihr mich gleich verteidigen? Wie würd ich meinen Dings reparieren? Äh, also ich bin immer noch in der nächsten Fahrzeuge! Komme! Ich heil mich erst mal im Krankenhaus! Ich bräuchte Hilfe! Also wer hat denn jetzt gewonnen? Ähm, ich! Ein zweiter bin ich! Drittors Dalu! Nein, der Ralf! Ach, Ralf! Ich gehe! Ich war kurz davor nochmal abgedrängelt worden! Äh, wollte er mich, wollte er mich irgendwie... Weiß ich nicht... Beschützen? Rappen? Wo bist du denn dadurch? Ähm, ja musst du auf der Karte... Ich bin da nie des HQs, rechts über die Straße! Bist du im Gebäude da? Genau! Aber übrigens, die Cops fahren hier unten die Hauptstraße entlang, ne? Mit Blaulicht! Okay! Ich glaub, die suchen uns! Ist mir egal, ich liefe mir nur Gnade zu folgen, sondern mit den Cops! Ihr seid eigentlich voll in Säcke, weil ihr habt mich hier zugeparkt! Das ist wie bei so einem illegalen Treffer! Ich kann als letztes erst wegfahren! Da kommt jemand! Ach, wer essen das? Da kommen die Cops! Und ich bin zuerst! Oh, Cops! 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 Mit dem Geldemann ist das ganz erster belonging auf Schluch-Wer ist das ganz erster dabei. Sie müssen zum Krankenhaus, das Jahr du Stück! Schubs den mal an, ich guck mal was da da ist. Was ist denn das hier? Alter, der hat immer die Wand weggemacht, danke. Nimm den mal hier von der Straße, der versperrt dir den Weg für ehrliche Leute. Warte, ich schiebe ihn von hinten an. Ah ne, von hinten, der sieht gut. Ey, wer wendt da weg, wer wendt da weg? Ich renne schon weiter, ich renne schon weiter. Warum? Weil ich zum Krankenhaus muss. Ja, ich bin doch da hingefahren. Ich gucke mal was von neben mir, oder nicht? Yes, Officer. Aber ich weiß es zu schätzen. Hab ihn gleich weg von der Straße. Heli startet. Man, man, man muss doch immer hier aufräumen. Warte, warum bist du noch aus dem Auto raus? Bin ich nicht. Wollen wir den Hunter knacken? Party's Miele ist wieder. Dem Elfried ist doch egal, wenn du beschossen wirst. So. Pass. Wollen wir den Hunter knacken? Wo ist der denn? Entschuldigung. Oh oh, ich bin aber an, Leute. Ja, nehmen wir den Hunter hier. Alter. Oh mein Gott. Ups. Harte, was ist los mit dir? Die Bullen sind hinter uns. Die Bullen sind hinter uns. Ahhhh. Boah, Alter. Arne, was geht ab bei dir? Ich wurde grad von vier Autos gleichzeitig gerammt. Oh Gott, das will heißen. Das gefällt dir doch, so diesen Gangbang hier. Ich könnte auf sie schießen. Ja, mach doch. Ist sowieso schon alles kaputt, Mann. Wie wir hier durch Kavala durchbrezeln, ne? Wo sind die? Ich ramm die alle. Auf wen schießt du, Danosch? Roadkill ist angesagt letzte Woche. Ja, stimmt. Guter Lauf. Leute, ich bring die Bullen jetzt zu euch. Komm, gib mal Gas hier. Alter, hier fahren die ganze Zeit nur... Nur Ifri zählt. Leute, ich bring die Bullen zu euch. Ich seh den folgenden Titel schon Ifri-Party in Kavala. Erinnert mich so ein bisschen an Full Metal Jacket. Kennt das jemand? Ja, was? Da ist doch ein Bulle bei. Das sind beides Bullen. Ramen! Ramen! Jetzt... Ein kriminellen Auto wird verfolgt von einem Bullen. Oh Gott, zwei Bullen! Warte, warte, warte. Das ist ein kriminellen Auto. Ja, genau. Ich häng mich hinten dran. Das ist Viper, das ist Viper. Weg da! Start euch runter von der Straße! Das ist Viper! Ich bin runterstampelt. Ich wurde gerannt. Warte, noch ist das Viper? Wer? Hinter dir, hinter dir. Nein, 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 nein. Das ist Viper hier hinter uns? Ja. Warte, warte. Lass mich... Ich komm jetzt! Der wand die ganze Zeit alles! Sack! Ja, Mann! Ja, Mann! Macht ihn fertig! Macht ihn fertig! Schubst du nur den Graben, ey! Verfolgt ihn! Den Wichser! Ja, da! Holt ihn euch! Jetzt rennt er weg! Hinterher! Kackt auf Feigling, ey! Okay, ich bin wieder voll. Ich fahr rechts oben. Der ist hinter der Wand hier! Es ist hinter der Wand hier! Falten ihn auf! Der will entkommen! Das hat doch nicht gerechnet hier, Herr Viper! Ah ja! Der Chrysato hat doch noch jemanden! Da ist er! Der ist immer noch vor ihm! Ich brems! Yes! Achtung, jetzt komm ich! Zack! Yeah! Yeah! Er liegt aufm Rücken! Geh weg! Ich will auch mal... Oh, ich wollte eigentlich noch mal weit fahren. Ja, die da... Aussteigen! Abknallen! Er ist ausgestiegen, jetzt ausgestiegen! Der Chrysato! Nicht uns verfolgen, jetzt verfolgen wir die Cups, ne? Ach, das ist Chrysato! Das ist Chrysato! Das war gar nicht Viper! Dann kann er dann da vor am Leben bleiben! Ja, dann lass ihn! Ich hab einmal auf ihn geschossen, jetzt hab ich's gelassen! Ach, schütt man! Der andere, der da wegfährt, das muss dann Viper sein! Danke! Der feige Hund! Yes! Ja, bin dran! Bin dran! Sorry! Was ist hier los? Was ist hier los? Weiter rechts! 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 Wir verfolgen die Polizei! Holy shit, ey! Das war ein Warnschuss an Chrysato in seine Brust übrigens, aber okay! Safi verteilt hier Tickets! Ja!